Jetzt sagen sie nicht, jetzt ist schon wieder Dienstag. Der Bundestagswahlkrampf rückt näher und entsprechend häufen sich die Parteitage. An diesem Wochenende parteitagte nun also die FDP. Und die Liberal-Glatten konnten einem fast schon leid tun. Wie soll man es auch mit einem Parteitag in Nürnberg in die Schlagzeilen schaffen, wenn die Musik in München spielt? In München begann am Montag der historische Prozess gegen die Nazibraut mit dem typisch deutschen Namen Zschäpe. In München schwitzt sich Uli Hoeneß schlaflos seinem historischen Steuerhinterziehungsprozess entgegen. Und in München sucht die CSU in ihren Reihen hysterisch nach Politikern, die nicht ihre halbe Verwandtschaft auf Staatskosten Pseudo beschäftigt haben. Wenn man da nun in Nürnberg als Splitterpartei Gehör finden will, muss man schon druckreife Sprüche raushauen. Nun sieht sich die FDP ja weniger als Splitterpartei, sondern vielmehr als Stachel im Fleisch der CDU. Oder wie der Spitze-Kandidat der Stachelpartei Rainer Brüderle es ausdrückt, die FDP ist das Upgrade der CDU. Und der CSU natürlich erst recht. Und in der Tat blicken CSU-Politiker, die ein, zwei Verwandte beschäftigt haben, neidisch auf das FDP-Upgrade Dirk Niebel, der in seinem Entwicklungshilfeministerium bis zu 40 Parteifreunde untergebracht hat. Das nenne ich mal eine Quote. Und natürlich ist das keine Vetternwirtschaft, denn so viele Vettern hat doch kein Mensch, schon gar nicht Dirk Niebel, der Teppichhändler unter den Upgrades. Und auch der wieder fest im Sattel seines toten Pferdes sitzende Parteivorsitzende Philipp Rösler griff tief in die Sprachbilderkiste. Die Grünen sind die neuen Spießbürger, rief er den beleidigten alten Spießbürgern auf dem FDP-Parteitag zu. Aber Fipsi Rösler kann es noch besser. Jürgen Trittin ist nicht der Robin Hood für einige, er ist der Räuber Hotzenplotz für alle, rief er in den tobenden Saal. Wow, die Grünen eine Spießbürgerpartei, an deren Spitze Räuber Hotzenplotz steht. Ausgerechnet Räuber Hotzenplotz, der gefährlichste Verbrecher, den die deutsche Literatur oder zumindest Philipp Upgrade-Rösler kennt. Ach ja, um Inhalte ging es auch. Die FDP ist jetzt auch für einen Mindestlohn, beziehungsweise für eine Lohnuntergrenze, differenziert nach Branchen und Regionen. Anders gesagt, die FDP ist dafür, dass die Wähler das Gefühl haben, die FDP sei für einen Mindestlohn. FDP-Mindestlohn heißt, wer arbeitet, soll zumindest einen Lohn bekommen. Bis neulich. Okay, 않아. Daaus progressive. Bis neulich. Bis neulich. Da. Das wird die бывelde. Lohn Motor chime. Bis neulich. Allescile.